Gerade bedenkt am Schaukasten eine Königin, zwei Königinnen. Ich wollte den Schaukasten eigentlich auflösen, aber hier kann ich jetzt einfach mal checken, wie das hier in zwei Wochen aussieht. Ob die alte Königin dann noch da ist. Sind beide begattet, sind beide in Ei-Lage. Das hier ist ein ganz schwaches Volk, der sitzt nur auf einer Wabe. Ich weiß auch nicht, wo die Königin herkommt. Gut, ich habe ja schon länger nicht mal reingeschaut, aber ich habe keine Nachschaffungszellen oder ähnliches entdeckt in dem Bliebenvolk. Da sind die beiden sogar direkt nebeneinander. Gehen sich gegenseitig aber nicht an. Also es ist davon ausgegangen, dass die gezeichnete Königin die Mutter der Ungezeichneten ist, aber ich frage mich wirklich, wann und wie die sich hier nachgeschafft haben, wann sie das getan haben. Okay, ihr Lieben, bis dann.